hallo und herzlich willkommen zurück zu entschroudet ich logge mich hier ein und hier ist nichts mehr muss ich noch mal dahin war das hier hinten hier ist ein schalter genau den habe ich so dann immer wieder zurück ob da der was da kommt der baden ja da muss ich ja rin so hier oben ein ding wo war das mittlere ding ich muss mal kurz in meinem video nachgucken wo das war okay jetzt wo war das andere ding ich glaube hier im westen irgendwo da hier warte mal hier ist die ja stimmt hier von der kiste bin ich losgesprungen wenn dann dahin ich glaube schon so und hier war irgendwo dieser button wo genau moment war das hier drüben das mama nicht runterfallen ein nicht runterfallen ja ich bin das zufall hier hochgekommen stimmt ja da war was jetzt bleibt doch mal da stehen an wie komme ich jetzt dahin der will nicht der wilder und nicht oben bleiben nicht in der schwarze give ins runde ok ok ja ja war ja klar ich habe mo wieder einen kippchen auf ich sollte mal übernehmen dann hier irgendwo hoch ja ich glaube das war irgendwo was das denn hier bin ich ja gestorben offensichtlich das war hier hoch irgendwie musste ich hier hoch aber wie kam ich hier hoch ja lass mich man dein ernst war irgendwo was wo ich hoch konnte ja ja genau ich habe ich gar nicht gebraucht aber jetzt hör doch auf da bleibt er nicht digga drauf wo war es ich komme hier nicht hoch unfassbar nee lass der trifft mich immer ne hier ging es irgendwo hoch da hinten da 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 ich sehe es doch warte lass mich jo deckung so wo war das ding das ist doch super so dann noch mal wo war jetzt der turm da hinten ich muss das alles in einem rutsch machen sonst geht es halt nicht der turm da hinten ist das der turm naja das ist der turm genau war jetzt einmal im süden dann war ich einmal im westen gehen jetzt mal davon aus genau einmal die richtung also im osten ich guck ja weiß es nicht wir gehen wir in die richtung immer nicht sicher so muss ich dahin oder was ich da hin äh guck mal da unten ist ein trampolin das war immer so ein guter indikator jetzt bin ich wieder hier glaube ich da war ich noch schon hallo jo jo komm ich aber hier ein schalter irgendwo das sind hier nicht nach schalter aus da drüben vielleicht hier oben aber ich bin da hoch aber da gibt es eine kiste oh nein ah warum warum nein lass das nein nicht sterben lass es knapp oh man dass der immer fliegt ne wenn er nicht fliegen soll er soll nur einen doppelsprung machen nicht fliegen okay jetzt dahin oder dahin oder dahin gute frage mal hier hin ich habe eine kiste gefunden das war die kiste ne ja gut äh äh ich sehe hier nix ne ich sehe keinen schalter äh nein komm jetzt fliegt der wieder da runter also bitte im ernst also und das level 15 ist jo dann sind die anderen sachen pille palle was er ja auch waren geben wir mal ganz ähnlich zu nein nicht runter fallen da hoch springen so ist hier irgendwo ein schalter nee das war immer irgendwie im gebäude ne okay vielleicht da ich habe keine ahnung komme ich da lang nee ich bin doch gar nicht da runter ich will hier hoch ähm viel äh ja wollte hier hoch ähm ja das hat's nicht gebracht so dahin ne da so komme ich nicht hoch ähm warte bleib jetzt bleibt doch das bleib stehen okay so wir sind oben ja ist aber kein trampolin ist es da lang ich weiß es nicht da hinten nee da ist ja unsere dingens ne das war es schon mal nicht nein das lix jetzt ist dunkel da mache ich gar nichts wir gehen nach hause und gucken dann noch mal so lange ich mich nicht auslöse sollte doch sollten die schalter aktiviert sein ich mich auslöse dann nicht mehr das heißt ja ich muss hier drinnen bleiben ja schon mal reparieren wie immer dann ins bett dann wieder hoch auf auf die warte und erwarte aus ist das die warte nee und erwarte können war nein was in der stadt der bauer oder kann man von da aus nehmen wir gehen auf die warte sicher ist sicher weil da kann man ja hin ich habe einen tipp bekommen wo es ungefähr ist so warte ich folge der melodie das ding ist doch schon angeheftet wo ist es moment glücker liegt das ding ein bisschen davon 138 jetzt sollten wir gleich die dinger sehen da ist es doch da ist es doch da ist es doch nicht wehtun was dachte ich nicht wehtun hat er trotzdem gemacht man so okay hier ist die kiste okay so warte soll ich reingucken wieso ist jetzt hier noch mal was neues drin moment ich bin doch nur gestorben jetzt sag mir nicht die dinger sind weg diesmal gehen wir dahin genau da waren wir schon mal egal so und jetzt nicht runterfallen nicht runterfallen ich wollte wollte ihnen in die richtung hinten das sieht ganz gut aus so es ist hier ah nicht rund nein nicht nein nicht rund man was ist es nicht runterfallen was ist denn hier los das ist es nicht nein ähm meh 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 ich hatte mir das doch gemerkt wo ist das denn hin hm da bin ich gestorben ne war es hier so so ich bin zurück zurück noch mal ich glaube das erste was ich gefunden habe war in die richtung dann war das hier lang das sein könnte sein hier lang gegangen bin und er gemacht da ist mein mein ding dann wollte ich hier auf die andere seite da bin ich halt gestorben dann gehen wir mal so nur nicht runterfallen nicht nur mal runterfallen ist ja hoch geht das in der leiter hier sind trampolin den habe ich aber schon wie komme ich denn jetzt wieder zurück okay das ist ja eigentlich kein problem warte mal ich brauche ja nur darauf springen dahin fliegende und dann habe ich den ersten bin ich gesehen habe den habe ich verpasst das war glaube wenn ich von hier aus warte mal in die richtung nein hier lang fliegen das ist es nicht oder doch 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 ich muss dahin moment was fehlt zucker hier zucker fehlt nee hab nee alt und dann muss ich da lang so so jetzt hier hoch war ich doch eben hier war ich doch hä dein ernst irgendwas fehlt hier irgendwo bin ich hier falsch gelaufen äh was da lang ist das ding da hinten bleib bleib hier okay jetzt hier was finden ne 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 nicht schon wieder hier runter auch bitte lass mich hilfe das doofe ist wenn ich mich jetzt ausloggen dann ist alles wieder verschwunden ne mann da muss ich alle beiden noch mal nehmen und finden was weiß ich jetzt eine kiste ok gut nehme ich mit ja ok wenn man auf die karte guckt man sieht halt nix ne wo was ist muss ich da hin ich mach das mal 171 meter in die richtung okay gut äh wie komme ich da hin ne kiste aus versehen so level 15 nicht übel dieser aufwind ne ich gehe mir auf die nerven ich meine der ist schon ganz gut aber ich gehe mir trotzdem auf die nerven so um mich hin 219 meter in die richtung 122 meter müsste hinten seine drückte der badin er habe immer hier war ich doch schon tausend mal wenn jetzt nicht aufhören es fehlt mir noch aber das sehen ein ding ein ding fehlt mir noch so ok ich mache pause gucke im internet ok ich glaube jetzt ich weiß wo mein fehler ist ok ich sollte darüber schweben so dann bin ich eben auch richtig gelaufen ne war das nicht der erste den ich gefunden hab dann hier lang hier lang hier hoch da ist er man ja genial super so nun wieder dahin ne wir haben die krypto der erbauerin geöffnet oh ja oh ja oh ja oh ja und wie es jetzt hier weiter geht weil ich sehe gar nichts das würde ich dann in der nächsten folge machen ich bedanke mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal gehabt euch gut und tschüss